Yo Freunde, mir wurde hier noch ein Filmfehler zugeschickt aus Bloodsport, der letzte Kampf hier, also die, ja, der letzte Kampf im Film. Schaut mal hier auf die Haare von Jean-Claude Van Damme. Ich glaube man konnte es schon ganz gut sehen gerade. Ich versuche es gleich nochmal. Ja gut, hier kann man es auch nochmal sehen. Ähm, ja, die waren ja zuerst komplett nass gewesen, also mehr als deutlich gesehen in der ersten Szene. Und danach, nachdem man den hier so umgeworfen hat, waren die plötzlich komplett trocken oder sind es immer noch. Sie sind immer noch komplett trocken hier. Ja, und was denkt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, vergesst nicht zu liken und natürlich auch das Plus-Fact zu machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.